Sie haben uns immer erzählt, das ist extrem unwahrscheinlich. Doch jetzt ist es soweit. Wer die Medien verfolgt hat, und ich rede nicht von irgendwelchen Medien, sondern von den Massenmedien, der hat vielleicht mitbekommen, dass wir im Bausektor, aber nicht nur da, mittlerweile eine Preissteigerung von über 30% haben. Warum ist das so? In meinem letzten Video habe ich es schon angesprochen, es liegt auch daran, dass die Regierungen immer mehr gedrucktes Geld auf den Markt schmeißen. Das führt zur Inflation. Aber das ist nicht alles. Schaut mal auf die Artikel, die er gerade gekauft hat. Woher kommen die denn? Ja, aus China, aus Asien, aus dem Ausland. Das rächt sich jetzt. Die Waren werden knapp. Schon allein deswegen, weil auch weniger geliefert werden kann. Viele der Lieferwege gibt es nicht mehr. Die Firmen stehen kurz vor der Insolvenz oder sind schon insolvent. Vieles wird per Schiff transportiert und kommt auf dem Seeweg. Schiffe fahren auch nicht mehr in der Menge wie zuvor. Mangelwirtschaft, wie in dem Bild oben zu sehen, ist eine nette Bezeichnung für Wir zahlen mehr und kriegen weniger. Aus erster Hand weiß ich, dass keine Bestellungen für Stahl mehr aufgegeben werden seit März, weil man die Teuerung des Stahls fürchtet. Die Produktionsstätten können auch keinen Stahl mehr bekommen, um weiter zu verarbeiten. Das wird immer schlimmer werden. Hey, aber nicht nur die Baubranche ist betroffen. Nein, nein, wer beim Einkaufen aufpasst und danach mal seine Rechnung anschaut und das, was er in seinem schönen Warenkorb zu liegen hat, stellt fest, er kriegt für mehr Geld, weniger Ware. Der Staat soll eingreifen. Ja, wie denn? Soll er sich den Stahl aus den Rippen schnitzen? Das trifft es ganz gut. Zuerst Chips, dann Stahl und am Schluss alles, was man sonst noch braucht. Warum die Angst vor Inflation berechtigt ist? Na, weil sie schon stattfindet. Das ist keine mehr. Das ist Realität. Ach, wir leben ja in einer neuen Realität. Man verhöhnt uns regelrecht. Wer hat schon von einer vorübergehenden Hyperinflation gehört? Hyperinflation ist real, nur dauert ihre Zeit, aber es geht keiner mit einem Gewinn raus. Leute, wacht auf, unternehmt etwas. Sorgt für eure Familien und für euch. Wenn ihr es nicht tut, tut es keiner. So, ich bin schon am Ende eines wirklich kurzen Videos. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr schaut wieder mal vorbei. Vielleicht habe ich dann auch was Neues, Interessantes oder eher was Trauriges.